Mein Name ist Jörg Leichtfried. Die Steiermark ist meine Heimat. Ich bin hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Meine Verwandten, meine Freunde leben hier. Und ich fühle mich, dieser Steiermark, den Menschen hier verpflichtet. Wir können stolz sein auf das, was die Steierinnen und Steierer Tag für Tag leisten. Unsere Betriebe gehören zu den Besten der Welt. Das haben wir uns hier in der Steiermark selbst aufgebaut. Mit Fleiß und harter Arbeit. Ich rede viel mit den Leuten und höre, was ihnen unter den Nägeln brennt. Es geht vor allem um drei Dinge. Arbeit, Wirtschaft und Sicherheit. Es muss bei uns an Betrieben passen. Dann haben die Steierinnen und Steierer Arbeit. Das müssen Jobs sein, von denen man eine Familie ernähren kann. Mit denen man sich etwas aufbauen kann. Für sich und die Kinder. Und jede und jeder muss abends zu Fuß nach Haus gehen können und sich dabei sicher fühlen. Wir werden dafür sorgen, dass der Aufschwung in allen Regionen überall ankommt. Man muss in der ganzen Steiermark spüren, dass es aufwärts geht. Uns geht es um gute Arbeitsplätze, bessere Schulen Sicherheit. Dafür stehe ich und darum bitte ich Euch am 15. Oktober um Eure Unterstützung. Alles Gedeeld. Alles Gedeeld. Schaumア. Ich bin der Arbeit durchge勸は. Ich bin der Abel-Bereich. Die Can-Bereich ist nie das. Ich bin der Abel. Ich bin der Abel. Alles Gedeeld. Ich bin der Abel.